Crazy Offer. Nur noch heute haben wir das magische, geniale Crazy Offer für, halte ich fest, halte ich fest, das hatten wir noch nie, das gab es noch nie und es wird es auch noch nie geben, und zwar unsere Simsa Hypnose Coach Ausbildung. Simone, zu welchem magischen Preis? 777, so eine magische Zahl, das war einfach ein crazy Impuls, weil ja, wenn du schon eine Weile hier mitschaust oder auch schon Interesse daran hattest, die Gelegenheit gab es noch nie, weil normal kostet es live 2400 und online 1470. Aber Simsa Hypnose wird dieses Jahr fünf Jahre alt. Happy Birthday! Und das ist so unser Dankeschön Happy Birthday Preis, der gilt nur noch heute. Und du kannst dir sogar, das ist ja noch geiler, weil du kannst dir aussuchen, ob du online und offline dabei sein möchtest. Ja, ja, das gab es wirklich noch nie. Und wir hatten letztes Wochenende so eine hammergeniale Simsa Hypnose Coach Ausbildung. 90 Prozent, das hatten wir auch noch nie sofort gesagt, wir sind wieder dabei. Mega! Was die Ladies da auch schon umgesetzt hatten und mir hat auch eine Teilnehmerin so schön gesagt, ihr bietet einfach eine All-in-One-Lösung. Ihr habt da wirklich ein fertiges, cooles Business-Konzept und man kann sofort losstarten. Das ist richtig cool. Und vielleicht bist du schon ganz lange so auf der Suche, was könntest du denn mit deiner wundervollen, magischen Art in die Welt bringen. Und dann füll doch einfach mal rein, welcher Beitrag könnte das denn sein, dieses Simsa Hypnose Coach Allround Package zu bekommen und dann auch zu diesem Preis. Oh my God! Ja, und alleine schon, was es an inneren Themen löst oder auch das bringt in den ultimativen Flow, stellen wir immer fest, alleine das gegenseitige Üben. Also wir hatten vorher gerade im Zoom wieder mit ein paar Teilnehmerinnen, die letztes Mal dabei waren und es war abgefahren, wie die alle so in diese Bam, Bam, Bam Umsetzungs-Power kommen. Also ja, und dieses Bam kreiert einfach unglaubliche Erfolge weit übers Business hinaus. Ja, was auch so mega, mega cool war, so zwei Sachen, die ich gerne noch mit kurz hineinfließen lassen möchte. Eine Teilnehmerin, super genialer, magischer, auch Erfolgscoach, die sagt, ja, sie macht das nur für sich und sie wird keine Hypnose machen. Ja, so, sie will das einfach nur für sich. Und wir wussten, Simone, wir wussten schon, diese Frau, die wird abgehen, die wird einfach so Bam Hypnosen machen und es explodiert gerade. Und das war mega, mega cool. Und eine Zauberfrau, die halt auch für sich so eine hammergeniale Blockade gelöst hat, die ganz lange einfach so sich nicht getraut hat, sichtbar zu werden. Und die hatte letztendlich wirklich so diesen Kern, diesen Knackpunkt gefunden. Und das begann schon in der Schwangerschaft. Und das wurde ihr einfach so klar und bewusst. Und seitdem blüht und sprüht sie einfach und ist sowas von, ich bin hier. Und das ist so genial. Und vielleicht gibt es auch so ein Thema in deiner Welt, wo du schon ganz lang irgendwo, ja, so Struggles, Herausforderungen hast und nicht bereit warst, deine Magie, dein Wissen einfach zu zeigen, deine Angebote einfach rauszuhauen. Und was Simone und ich wirklich lieben, ist einfach machen. Ja, einfach machen. Bam. Ja, wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Mit der Buchung hast du auch schon direkt Zugang zu unserem Mitgliederbereich. Das sind schon Videos für dich eingestellt. Und du bekommst zu allen Lebensbereichen vorgeschriebene Hypnose-Texte von uns. Die darfst du frei verwenden. Du kannst machen damit, was du möchtest. Ja, wir zeigen dir, wie du Download-Produkte damit gestaltest, die dann passive Einnahmen für dich kreieren. Natürlich erstellst du sie einmalig, aber danach kannst du die immer wieder verkaufen und den Menschen ein Beitrag damit sein. Und noch so viel mehr. Natürlich gibt es Business-Inspirationen und wir lieben einfach die Simsa-Hypnose-Magie. Wir lieben es, ja, unsere Magie zu versprühen, dass du noch mehr in den ultimativen Flow kommst in allen Lebensbereichen. Genau, und dass du einfach auch der Beitrag bist und deine Heil-Magie einfach in die Welt hineinfließen lässt und einfach, ja, so der Big Change bist und der große Beitrag. Und, ja, was ist dann alles möglich, wenn wir da gemeinsam wirklich noch so viel, ja, Liebe, Magie, Heilung in die Welt, ja, zaubern. Wir freuen uns auf dich.